In diesem Video möchte ich auch mal sagen, vielleicht eine Änderung des Urheberrechts auf YouTube mal mit einer Änderung vorschlagen. Und zwar hier in dem Video, Helene Fischer zum Beispiel, hat da ein Lead gemacht, was da jetzt sozusagen in Verfügung gestellt hat, ja sie selber. Und dann sollte man es am besten auch so machen, dass sie monetarisieren, dass der Urheber das bekommt. Aber so sieht es natürlich nicht bei mir aus. Das hier ist das Originalbild. Das habe ich da einfach modifiziert und hoffe mal, dass es euch gefallen hat.